das muss ich doch mal so kamikaze mäßig da reingucken hat funktioniert sehr schön dann gucke ich noch mal hoch ob die steine durchgelaufen sind die pflastersteine dann kann ich so ein paar blöcke basteln zeigt mal ja knapp 1000 sehr schön so die kann ich hier mit reinpacken ich haue ich damit hin so einmal und du kommst wieder da runter das mache ich wieder zu holz kann ich das auch mit reinschmeißen nee das will er nicht einfach nur kohle die kohlen packen wir mal weg sehr schön da können wir mitmachen da war jetzt leer genau wie schaut es hier aus da könnte man rein theoretisch die falle noch angehen ok ja 27 ist doch richtig gut so jetzt lass mal gucken was könnte man da drüben aufwerten damit ich bräuchte schon beton aber ich müsste die straße noch mal fertig machen weil ich hätte da drüben ja auch noch mal was weggerissen ja pass auf dann machen wir das hier am tisch dann fahren wir nämlich zur händlerin wieviel könnte ich denn jetzt raus machen nee was auf 330 machen wir mal 100 stück das sollte reichen dann habe ich noch 920 die 920 pack ich hier rein dann sind die hier aufgeräumt so theoretisch könnte ich noch mal ein paar machen aber ich brauche das zum aufwerten ja das machen wir auch kommen die 2000er machen wir noch so zack wie viel gehen da 2500 das wird doch ein bisschen viel oder nochmal 2000 glatt sind 30 minuten sollen die mal da durchlaufen genau den rest pack mal wieder weg so nee du kommst hierher und du bist so perfekt über den pinsel weg packen sehr schön das messer nehme ich mal mit die farbe können wir auch weg packen warte mal die farbe pack zum pinsel dann haben wir das auch das messer kann jetzt hier runter wandern essenstechnisch habe ich gar nichts mehr gell auch keine dosen mehr scheiße nee ich muss ich muss auf jagd gehen also wie spiel haben wir sechse die händlerin hat offen da können wir gleich mal auf tour gehen zack oh wenn die steine durch sind machen wir die straße noch fertig und dann werden wir hier noch unsere hütte auf jawoll sensation wie geil munition habe ich genug gell ja sollte reichen oh die magna moni hätte ich ja eh ruf weg packen können habe ich jetzt vergessen so jetzt mache ich erstmal alle missionen bei der gen ich hoffe das sind keine grabmissionen weil auf die habe ich keinen bock wenn man hier so eher abholmissionen oder säuberungsmissionen das wäre schon wirklich gut jetzt habe ich mein geld vergessen ja so zeichnen wir hier hier hat bestimmt was gutes drin oder ah ja das wäre klasse ach ja mäusen mal gucken was die da hat die wurde ja neu aufgefüllt oh das sind ein paar bücher die haben wir noch nicht leben sie mut ok aber hier so ähm erdbohr technisch hat hier nichts da gell ne mal so durchgehen zäubern fallen hier aber zwölf dietriche schade hast du nicht so abholen 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 und säubern abholen warte auf die als erstes aus old victorian und i'll have a nice reward for you ist es da vorne gleich ich weiß gar nicht kann man mehrere missionen auf einmal aktivieren deswegen schon cool alles wird es da vorne bring die vorrede zurück so hä was ist das für scheiße tür alter warte 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 aha aha ok ok ach gott sei dank was zum ehesten da könnte ich leder rauskriegen oh hier nochmal vorrede kommt da ist was guts dabei aah scheiße nee das wollten wir irgendwie nicht da das wollten wir nicht da das wollten wir nicht da da ist nichts mehr mal kurz gucken da ist auch nichts aah warte 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 nicht das hier wieder so da Minen rumliegen weil das einmal spezialisiert da rein zu tappen oh kommt wie gerufen hauen wir gleich weg nee kommt da mit ich aktiviere gleich die mission ich will nur mal schnell vorlooten weil es wird ja quasi alles irgendwie richtig gut resettet oh kaffee sehr schön sehr gut haben wir was zum verkaufen oh viel gerufen wie 50 ah ich wollte es eigentlich gleich warte so zack und benutzen sehr sehr gut sehr sehr gut so ok lasse gleich da geht es nochmal in den keller runter jetzt gehe ich aber hier nochmal ein baumhaus hoch ist das irgendwo ein geier? ne ne ja komm geh hoch da oh Farbe siehste kommt wie gerufen haben wir gerade genutzt ok dann starten wir mal die Quest Stufe 1 so ich geh mal hier hoch dann säubern wir das Haus von oben uah uah nochmal starten da steht auch einer hier guck mal schieß der war kritischer das ist auch gut ne schlägst auf die Kerze und ähm jo kriegst dann ne Kerze oh hier wär auch nochmal ein bisschen ja das nehmen wir alles mit warte den erledige ich doch schon oh so gleich so nehm ich mit warte warte bevor ich den den möchte ich schon gern haben komm ich da ran ja so geht's auch sehr schön ja auch schleichen das ist auch gut ne erstmal ham 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 auf jeden Fall diese Pflastersteinchen hier nehmen wir mit sehr schön sehr schön also die Vorräte müssen irgendwo hier auf der Höhe sein und damit nehmt er alles mit erbasteln und bauen und aufwerten vor allem sehr schön kurz gucken oh ein Reifen sehr geil können wir irgendwann einmal bestimmt diesen 4x4 basteln ah das ist ja schon zeig mal her jawoll gehen wir noch mal unten ins Haus rein und holen nochmal die anderen Sachen aber das war jetzt eigentlich eine sehr relativ entspannte Mission gut war auch Level 1 nicht so zeig mal her hier kann ich da gleich runter so ich habe mich erschrocken weg bist du wahnsinnig alter wie der aussieht schon mal wieder wabbeln alter finne guck dich das oder war noch hoch sagt nämlich gar nicht gesehen ja leck mich doch dass der so rumschwabelt ist mir gar nicht aufgefallen na wo kommst du durch sehr gut da war noch mal so ein döschen dabei 15er dose kaffee geht immer das beste elixie überhaupt immer mit der ruhe hier kommt alle irgendwie dran so hier ist nichts mehr ach ja das war die geschichte warte 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 da unten ist noch militär dinge ach du wo geht es denn hier noch hin ist hier noch ein bunker ach guck an das ist ja ein ding hat sich wieder gelohnt ja richtig gut oh warte der ist gepanzert ne da juckt es schon wieder ja moin euer mit hier christi es ist erst ja genau der sieht aus wie bei dem film sieben jahr jetzt wo du sagst die füllerei oder aber die haben sie echt gut gemacht ne so was können wir denn nicht gebrauchen also wir können erstmal was schnabulieren dann meckert er nicht mehr so rum das geht dann auch gleich mal weg das können wir zu preisen machen 13 dosen können wir zu eisen machen papier brauchen wir nicht plastik brauchen wir nicht das kann mir vielleicht lasse ich mal hier das bleibt auf jeden fall hier die kerze können wir uns selber basteln das ist die ware für den händler die kann ich nicht verschieben gut zu wissen das wird verkauft brauchen wir nicht können wir verkaufen das können wir mal essen falls wir mal so ein bisschen infiziert werden das können wir auch kaputt machen brauchen wir nicht das verkaufen wir geht hier mit her so ja perfekt so das schaut doch schon ganz so gut aus schade dass man die jetzt nicht da rüberschieben kann weil das hier geht halt alles weg so was kommt hier her das gibt kohlen was mit der kohlen die mod müssen wir mal schauen das ist acht mal das geht auch zum verkauf ja perfekt hat sich schon gelohnt hat sich definitiv gelohnt ja aber was ist mit der kohlen ja was ist mit der kohlen es ist so gut ich liebe es hat man schon so da steckt bestimmt einer dahinter oder schade kein gebrauchswasser oh ein generator was ist denn da drinne ein haufen eisen jawohl ja den kann ich da nicht mitnehmen jawohl geleg ah warte können wir zerstören boah da kriegen wir einen haufen kohlen so neue schäufelchen so wo geht es denn hier her weil wir brauchen jetzt glaube ich nicht mehr leise sein ach das war es schon mensch ich dachte das wäre jetzt hier so ein special haiguchi was weiß ich versteckt aber nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gut dann geht es wieder nach oben wo habe ich mein holz da ist mein holz das möchte ich gerne verkaufen oder mein der klamotte ist doch farbe ihre fäkalsprache regt mich auf gut dann halte ich das maul ach hier guck es gibt es acht was habe ich da zerstört weiß ich gar nicht mehr was kriegt ich brauche einmal hier platz und dann brauche ich meine holz rahmen zehn stück dieser club ist ausschließlich nur für mitglieder natürlich sind wir mitglied ohne mir so stimme und man macht es sogar so was zu fressen zusammen lassen wir da die pflanze gibt mit kann ich nicht die will ich nicht da lassen die filme eigentlich noch weiß ich gar nicht ab und zu schon das döschen machen wir kaputt ach komm das können wir rein theoretisch weg trinken da geht immer was das war so klar das war so klar rechtsklick rechtsklick so jetzt kann man hin oder ja so gut jetzt muss ich da nur unbeschadet hinkommen ach ist das dein fucking ernst ey das ist ja wohl nicht wahr hier na geh hoch da so na komm her hier 3 und 4 zapp 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 so haben wir geschwätzt ähm was ist denn hier nee brauchen wir jetzt nicht oh 3 fertigkeitspunkte haben wir sehr sehr gut wo ist mein moped warte warte da war es da war es warte 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 da gehen wir hier raus gehen wir die quest auch gleich ab und holen uns gleich die nächste quest sehr schön da liegt's moped probiere ich aus dass ich gleich zwei quests auf einmal nehmen kann vielleicht funktioniert das ja so der rote buggy mit dem gelben häubchen genau ab und zu auf kabel 1 okay du hast doch bestimmt die app von bud spencer oder es ist lucifer lucifer persönlich lucifer klingt wie ein besoffener profi aus schweden herrlich warte mal ich nehme die kohle ich wollte schon sagen die kohle aber ich nehme hier die munition die brauchen wir so jetzt zeige mal dein inventar und wir wollen jetzt erstmal verkaufen das ist so gut ach die kohle das gibt jetzt richtig gut geld so ich hoffe du fühlst besser ich hoffe du fühlst besser Jetzt zeig mal die Mission. Was hast du da noch? Abholen. Das ist alles zum Abholen. Das ist sehr gut. Na, mach mal die hier. Neh mal an. Ich wusste, du wirst mich nicht runterlassen.